Danke, dass wir zusammen diesen Moment erleben dürfen. Es ist ein Moment, von dem so viele geträumt haben. Heute schreiben wir Geschichte. Der Typ für den du arbeitest, ist ein böser Mensch. Ich arbeite nicht für ihn. Meine Firma arbeitet für ihn. Wirst du dich morgen benehmen? Ich hab dir gesagt, ich mach nur meinen Job. Ich bin Reporter. Ich beobachte Menschen, die nicht beobachtet werden wollen. Was ist an den Vorwürfen dran, dass sie die schwächsten anwerben für Tests, die letztendlich Menschen töten? Frau Singerberg. Sie sind am Ende, Mr. Brock. Ist das eine Drohung? Man muss lernen, sich in aller Öffentlichkeit zu verstecken. Ich kann das ziemlich gut. Aber Sie, Sie sind schlechterin, wer auch immer Sie sind. Ich arbeite für die Life Foundation und ich brauche Ihre Hilfe. Wir haben etwas entdeckt. Wir nennen sie Symbionten. Carlton Drake glaubt, dass die Verbindung zwischen Mensch und Symbiont der Schlüssel zu unserer Evolution ist. Ich fühle mich wirklich krank. Ich höre eine Stimme. Eddie. Du bist nicht real. Du bist nur in meinem Kopf. Ich brauche Mr. Drakes Eigentum zurück. Ich habe keine... Warum sollten wir das tun? Wenn du bleibst, dann wirst du nur den bösen Menschen wehtun. So wie ich das sehe, machen wir, was immer wir wollen. Haben wir einen Deal? Bist du bereit, das eine zu opfern? Was dir am meisten bedeutet? Sie sollten große Angst haben. Was zur Hölle bist du? Wir sind wir. Wir sind wir. Untertitelung des ZDF, 2020